Warte einen Moment, bitte. Warte einen Moment, bitte. Ich suche meinen Pass. Warte einen Moment, bitte. Ich suche meinen Pass. Warte einen Moment, bitte. Ich suche meinen Pass. Warte einen Moment, bitte. Ich muss die Karte prüfen. Warte einen Moment, bitte. Ich muss die Karte prüfen. Warte einen Moment, bitte. Ich muss die Karte prüfen. How do I get there? Wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? How do I get to the train station from here? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Ich versuche, das Museum zu finden. Wie komme ich dorthin? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Wie komme ich von hier zum Bahnhof? Ist es nah? Ich suche den Zentralmarkt. Ist er nah? Ich suche den Zentralmarkt. Ist er nah? Wir wollen das Schloss besuchen. Ist es hier in der Nähe? Wir wollen das Schloss besuchen. Ist es hier in der Nähe? Kann ich dort hinlaufen? Kann ich dort hinlaufen? Kann ich von hier aus zum Strand laufen? Kann ich von hier aus zum Strand laufen? Kann ich von hier aus zum Strand laufen? The gallery looks near. Can I walk there? Die Galerie sieht nah aus. Kann ich dorthin laufen? Die Galerie sieht nah aus. Kann ich dorthin laufen? Die Galerie sieht nah aus. Kann ich dorthin laufen? Wann fährt es ab? Wann fährt es ab? Wann fährt der nächste Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt der nächste Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt der nächste Bus ins Stadtzentrum? Ich nehme einen Zug nach Rom. Wann fährt er ab? Ich nehme einen Zug nach Rom. Wann fährt er ab? Ich nehme einen Zug nach Rom. Wann fährt er ab? Do I need a ticket? Brauche ich eine Fahrkarte? Brauche ich eine Fahrkarte? Do I need a ticket to enter the museum? Brauche ich eine Eintrittskarte, um ins Museum zu gehen? Brauche ich eine Eintrittskarte, um ins Museum zu gehen? We're taking the ferry. Do I need a ticket for that? Wir nehmen die Fähre. Brauche ich dafür eine Fahrkarte? Wir nehmen die Fähre. Brauche ich dafür eine Fahrkarte? Where can I find? Wo finde ich? Where can I find a good Italian restaurant around here? Wo finde ich hier in der Nähe ein gutes italienisches Restaurant? I need souvenirs. Where can I find a gift shop? Ich brauche Souvenirs. Wo finde ich einen Geschenkeladen? Ich brauche Souvenirs. Wo finde ich einen Geschenkeladen? Was ist das Passwort? Was ist das Passwort? Was ist das Passwort? Ich versuche, mich mit dem WLAN zu verbinden. Was ist das Passwort? Ich versuche, mich mit dem WLAN zu verbinden. Was ist das Passwort? Für die Online-Tickets, was ist das Passwort zum Einloggen? Für die Online-Tickets, was ist das Passwort zum Einloggen? Für die Online-Tickets, was ist das Passwort zum Einloggen? Kann ich einen Rabatt bekommen? Kann ich einen Rabatt bekommen? Das sieht ein bisschen teuer aus. Kann ich einen Rabatt bekommen? Ich kaufe Geschenke für meine Familie. Kann ich dafür einen Rabatt bekommen? Ich kaufe Geschenke für meine Familie. Kann ich dafür einen Rabatt bekommen? Kann ich dafür einen Rabatt bekommen? Haben Sie verfügbar? Haben Sie zimmer für heute Nacht verfügbar? Haben Sie zimmer für heute Nacht verfügbar? Haben Sie zimmer für heute Nacht verfügbar? Ich suche eine Autovermietung. Haben Sie ein kleines Auto verfügbar? Ich suche eine Autovermietung. Haben Sie ein kleines Auto verfügbar? Ich suche eine Autovermietung. Haben Sie ein kleines Auto verfügbar? Es ist mein erstes Mal hier. Es ist mein erstes Mal hier. Was sollte ich unbedingt sehen? Es ist mein erstes Mal hier. Was sollte ich unbedingt sehen? Es ist mein erstes Mal hier. Es ist mein erstes Mal hier. Es ist mein erstes Mal in der Stadt. Ich war noch nie hier. Es ist mein erstes Mal in der Stadt. Ich war noch nie hier. Es ist mein erstes Mal in der Stadt. I will take it. Ich nehme es. Nachdem ich die Jacke anprobiert habe, nehme ich sie. Nachdem ich die Jacke anprobiert habe, nehme ich sie. Nachdem ich die Jacke anprobiert habe, nehme ich sie. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Dieses Souvenir ist perfekt. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich Tippe dir. Ich nehme es. Wir möchten das Museum besuchen. Wo ist der Eingang? Wir möchten das Museum besuchen. Wo ist der Eingang? Wir möchten das Museum besuchen. Wo ist der Eingang? I am here for the exhibition. Where's the entrance? Ich bin hier für die Ausstellung. Wo ist der Eingang? Ich bin hier für die Ausstellung. Wo ist der Eingang? Ich bin hier für die Ausstellung. Wo ist der Eingang? What do you recommend? Was empfehlen Sie? Was empfehlen Sie? Ich bin mir nicht sicher, was ich bestellen soll. Was empfehlen Sie? Ich bin mir nicht sicher, was ich bestellen soll. Was empfehlen Sie? Ich bin mir nicht sicher, was ich bestellen soll. Was empfehlen Sie? Looking at souvenirs, what do you recommend as a gift? Beim Ansehen von Souvenirs, was empfehlen Sie als Geschenk? Beim Ansehen von Souvenirs, was empfehlen Sie als Geschenk? Ich komme aus Italien. Wenn gefragt wird, komme ich aus Italien. Es ist ein schönes Land. Wenn gefragt wird, komme ich aus Italien. Es ist ein schönes Land. Making conversation. I mention I am from Italy. Im Gespräch erwähne ich, dass ich aus Italien komme. Im Gespräch erwähne ich, dass ich aus Italien komme. Is it always this busy? Ist es immer so beschäftigt? Ist es immer so beschäftigt? Visiting a popular site, is it always this busy? Wenn ich eine beliebte Sehenswürdigkeit besuche, ist es immer so beschäftigt? At the restaurant, is it always this busy here? Ist es in diesem Restaurant immer so voll? Ist es in diesem Restaurant immer so voll? Ist es in diesem Restaurant immer so voll? That's too expensive. Das ist zu teuer. Looking at the price, I say that's too expensive. Beim Ansehen des Preises sage ich, dass es zu teuer ist. Beim Ansehen des Preises sage ich, dass es zu teuer ist. Negotiating a price, that's too expensive for me. Beim Verhandeln des Preises ist es zu teuer für mich. Beim Verhandeln des Preises ist es zu teuer für mich. Can we split the bill? Können wir die Rechnung teilen? Können wir die Rechnung teilen? Dining with friends, can we split the bill? Beim Essen mit Freunden, können wir die Rechnung teilen? Beim Essen mit Freunden, können wir die Rechnung teilen? Beim Essen mit Freunden, können wir die Rechnung teilen? Am Ende des Essens frage ich, ob wir die Rechnung teilen können. Am Ende des Essens frage ich, ob wir die Rechnung teilen können. Am Ende des Essens frage ich, ob wir die Rechnung teilen können. Kann ich bestellen? Kann ich bestellen? Beim Ansehen der Speisekarte, kann ich jetzt die Spaghetti bestellen? Beim Ansehen der Speisekarte, kann ich jetzt die Spaghetti bestellen? Bereit zum Essen, kann ich bitte eine Pizza bestellen? Bereit zum Essen, kann ich bitte eine Pizza bestellen? Bereit zum Essen, kann ich bitte eine Pizza bestellen? Where is? Wo ist? I need to go to the bathroom. Ich muss auf die Toilette. Ich muss auf die Toilette. Ich muss auf die Toilette. Excuse me, where is the nearest pharmacy? Entschuldigung, wo ist die nächste Apotheke? Entschuldigung, wo ist die nächste Apotheke? Entschuldigung, wo ist die nächste Apotheke? How much is this? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Can you tell me how much this is? Können Sie mir sagen, wie viel das kostet? Können Sie mir sagen, wie viel das kostet? Können Sie mir sagen, wie viel das kostet? I would like to buy this. How much is it? Ich möchte das kaufen. Wie viel kostet es? Ich möchte das kaufen. Wie viel kostet es? Ich möchte das kaufen. Wie viel kostet es? Ich möchte einen Tisch für zwei. Ich möchte einen Tisch für zwei. Zum Abendessen möchte ich eine Pizza. Zum Abendessen möchte ich eine Pizza. Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Excuse me, do you speak English? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? 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 Entschuldigen Sie, ich brauche Hilfe. Entschuldigung, ich verstehe nicht. I am sorry, I don't understand. Could you repeat that? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könnten Sie das wiederholen? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könnten Sie das wiederholen? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könnten Sie das wiederholen? I don't understand. Can you speak slower, please? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich verstehe nicht. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich verstehe nicht. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, I am looking for the museum. Ich suche das museum. Ich suche das museum. Ich suche das museum. Ich suche einen guten Ort zum Essen. Ich suche einen guten Ort zum Essen. Könnten Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Könnten Sie empfehlen? Könnten Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Könnten Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Könnten Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Welche Orte könnten Sie zum Besuchen empfehlen? Welche Orte könnten Sie zum Besuchen empfehlen? Welche Orte könnten Sie zum Besuchen empfehlen? What's the best way to? Was ist der beste Weg zu? What's the best way to the airport? Was ist der beste Weg zum Flughafen? Was ist der beste Weg zum Flughafen? What's the best way to downtown? Was ist der beste Weg in die Innenstadt? Was ist der beste Weg in die Innenstadt? I need a taxi. Ich brauche ein Taxi. Ich brauche bitte ein Taxi zum Flughafen. Ich brauche bitte ein Taxi zum Flughafen. Ich brauche bitte ein Taxi zum Flughafen. Could you call a taxi for me? Könnten Sie mir ein Taxi rufen? Könnten Sie mir ein Taxi rufen? Könnten Sie mir ein Taxi rufen? What time is it? Wie spät ist es? Wie spät ist es? What time is it? Please. Wie spät ist es, bitte? Wie spät ist es, bitte? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Where can I buy? Wo kann ich kaufen? Where can I buy tickets? Wo kann ich Tickets kaufen? Wo kann ich Tickets kaufen? Wo kann ich Tickets kaufen? I need to buy a SIM card. Where can I buy one? Ich muss eine SIM-Karte kaufen. Wo kann ich eine kaufen? Ich muss eine SIM-Karte kaufen. Wo kann ich eine kaufen? Ich muss eine SIM-Karte kaufen. Wo kann ich eine kaufen? Is there a around here? Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? I am looking for a bank. Is there one around here? Ich suche eine Bank. Gibt es hier in der Nähe eine? Ich suche eine Bank. Gibt es hier in der Nähe eine? Ich suche eine Bank. Gibt es hier in der Nähe eine? lichenмос Einen Tisch für zwei. Bitte Einen Tisch für zwei. Bitte Einen Tisch für zwei, bitte, am Fenster. Einen Tisch für zwei, bitte, am Fenster. Haben Sie einen Tisch für zwei verfügbar? Haben Sie einen Tisch für zwei verfügbar? Haben Sie einen Tisch für zwei verfügbar? Kann ich ein Glas Wasser bekommen? Kann ich ein Glas Wasser bekommen? Kann ich bitte ein Glas Wasser bekommen? Kann ich bitte ein Glas Wasser bekommen? Kann ich ein Glas Wasser bekommen? Es ist ziemlich heiß. Ein Glas Wasser wäre toll. Es ist ziemlich heiß. Ein Glas Wasser wäre toll. Wie lange wird es dauern? Wie lange wird es dauern, dorthin zu gelangen? Wenn wir laufen, wie lange wird es dauern? 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 Ist es weit? Is the museum far from here? Is das museum weit von hier? I want to go to the beach. Is it far? I want to go to the beach. Is it far from here? Could I have a receipt, please? Könnte ich bitte eine Quittung haben? Könnte ich bitte eine Quittung haben? Could I have a receipt for that, please? Könnte ich dafür bitte eine Quittung haben? Ich brauche eine Quittung. Kann ich bitte eine haben? Ich brauche eine Quittung. Kann ich bitte eine haben? Akzeptieren Sie Kreditkarten? Akzeptieren Sie hier Kreditkarten? Akzeptieren Sie hier Kreditkarten? Ich möchte mit Kreditkarten zahlen. Akzeptieren Sie diese? Ich möchte mit Kreditkarten zahlen. Akzeptieren Sie diese? Ich möchte mit Kreditkarten zahlen. Akzeptieren Sie diese? I need an adapter. Ich brauche einen adapter. Ich brauche einen adapter. Where can I buy an adapter? Wo kann ich einen adapter kaufen? I forgot my charger. I need an adapter for my phone. Ich habe mein Ladegerät vergessen. Ich brauche einen adapter für mein Telefon. Ich habe mein Ladegerät vergessen. Ich brauche einen adapter für mein Telefon. Ich habe mein Ladegerät vergessen. Ich brauche einen adapter für mein Telefon. Can you suggest a good hotel? I need a place to stay. Can you suggest a good hotel? Ich brauche einen Übernachtungsort. Ich brauche einen Übernachtungsort. Können Sie ein gutes Hotel empfehlen? Wir suchen eine Unterkunft. Können Sie ein gutes Hotel in der Nähe empfehlen? Wir suchen eine Unterkunft. Können Sie ein gutes Hotel in der Nähe empfehlen? Wir suchen eine Unterkunft. Können Sie ein gutes Hotel in der Nähe empfehlen? Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich muss meine Reservierung für heute Nacht stornieren. Ich muss meine Reservierung für heute Nacht stornieren. Ich muss meine Reservierung für heute Nacht stornieren. Aufgrund einer Änderung meiner Pläne möchte ich meine Reservierung stornieren. Aufgrund einer Änderung meiner Pläne möchte ich meine Reservierung stornieren. Aufgrund einer Änderung meiner Pläne möchte ich meine Reservierung stornieren. What's the exchange rate? Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs für Euro? Wie ist der Wechselkurs für Euro? Wie ist der Wechselkurs für Euro? I need to exchange money. What's the exchange rate today? Ich muss Geld wechseln. Wie ist der Wechselkurs heute? Ich muss Geld wechseln. Wie ist der Wechselkurs heute? Is breakfast included? Ist das Frühstück inbegriffen? Is breakfast included with the room? We booked a room. Is breakfast included or do we pay extra? Wir haben ein Zimmer gebucht. Ist das Frühstück inbegriffen? Ist das Frühstück inbegriffen? Oder zahlen wir extra? 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 Vielen Dank.